Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich bin mit mir ins Reime gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzählen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Ich bleibe in der Hauptstadt. Ich bleibe in der Hauptstadt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe jeden Außenseiter als Gemeinschaftsverein mit tot. Ich habe jeden Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Oh, das ist ja, ich werde krank! 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 Das war's für heute. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Entschuld aufgibt. Die Befehle sind in den Wind gesprachen. Dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stösst auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Werden Sie im Ernst? Der Führer weiß das nicht selbst, aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Feindlinge! Verreichter! Verzager! Mein Führer! Was Sie da sagen ist ungeheuerlich! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann! Wenk! Mein Führer! Zweig! 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 Das war's für heute. Haben Sie noch zwei Fehler gefehlt? Ich glaube! Ich glaube, es ist ein Schwerpunkt, aber es ist ein Schwerpunkt. Ich finde es ein Schwerpunkt, dass ich nicht so richtig verletzeuge haben Sie eine Schwerpunkt. Ich finde es, dass ich ein Schwerpunkt für einen Schwerpunkt habe. Himmler, das ist die Lübeck. Die Lübeck, das ist die Lübeck. Die Lübeck, das ist die Lübeck. Die Lübeck, das ist die Lübeck. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Lübeck, das ist die Lübeck. Die Lübeck, das ist die Lübeck. I'll sing a requiem. Mit jemaligen Blutverdzebetsar! Blutverdzebetsar! Ich will break your legs! Aber dafür müsste man ihn an die Mönche sehen! Schuss! Jetzt suchen Sie den! Es ist mein Wille! Sie erschießen! Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist er Fahnenblut! Die Logik hat verloren! Wie bitte? Achtung sein! Achtung sein! Es muss wieder Schwung in die Sache! Achtung sein! Achtung sein! Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Der Zeug, ihr Armee! Kehrt machen! Ich schieb die Visionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren! Ich schieb die Musik. Ich schieb die Musik. Ich schieb die Musik. Das war's für heute. 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 Wink, ich soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Geh's auf, Fass. Geh's auf, mach ratzen. Geh's auf, mach ratzen. Geh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um fernfeuern. Sie erwinken eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Die Lose ist ja verhaut. Wie bitte? Ach, unsern! Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlacke ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.